Yo Leute, euer Domi für 20116 ist hier und ich stream das live, äh, ich kann das live verwenden, ich streamen, deswegen ist jetzt ein normales Video, tut mir leid Leute. Oh scheiße, das kann knapp werden, dann bist du schuld, aber ich hab's gemacht wegen dir. Ja! Renn, 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 flieg, 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 flieg! Flieg! Kein Countdown mehr, oder? oh mein gott es fängt an leute die meisten gehen jetzt schon auf kills das ist ein bisschen hey man kann schon gar keine waffen bei dem nichts ja man kann sie nicht benutzen wie gesagt zehn neun acht sieben sechs vier drei zwei eins ich bin untergeflogen ich habe das schon gewusst drum kann und das alles das habe ich schon alles wusste das kann man kaputt schlagen das kann man kaputt schlagen schon wie es leckt da ist drum gun flugzeug brauche ich weiß das also bei mir sind alle für die dinge schau mal es wird hinten bei mir schau wie weit ist schon bei mir schau die kommen alle wie eine oder like me na die drum gun kommt bei uns wieder glaube ich ich glaube das ist so eine abstimmung ja bitte schau das live event gott da schau boom da müssen wir das alles jetzt kaputt schlagen schnell und die anderen sollten aber auch gleichzeitig kaputt machen finde ich eigentlich ich ich glaube das ist eine umfrage dass man so am meisten wieder zurückhandelt hey ich mach deine aufgabe ich ernte steine meine einzelnen menschen mache ich bei uns ist es schon komplett verpufft schau schau bei mir ja schau dir bei uns sie ist drin sie ist da leck mich leck mich leck mich ja ja wo ist hin es leckt es leckt high school trooper oh mein Gott nein ich will zu kugeln ich mach es jetzt oh mein Gott VUKU 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 yes oh mein Gott wie geil das war mir auch schon das habe ich schon gewusst der geht an auf Retail grad tschüss Retail Retail ist weg und so eine Nummer auf Tilted 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 Allemal auf Wiedersehen in die Kommentare bitte ja Polarpick ist einmal Futschi nein da war unten was anderes der ist auf Polarpick auf hier jetzt jetzt siehst du die schreien da oben oha alter Tilted gehen 6 oder 7 auf hier alter weil wir strahlen wo hast denn du Tilted ist komplett down alter wie das wie das da ausschaut schau jetzt es schaut komplett normal aus ich flieg zu Tilted 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 meine Liebe ZD hält dein Leben lang scheiß egal ob du hinig bist Tilted du warst mir eine Ehre und bist für den Euro für den Euro da egal warum du auch hinig bist auch wenn du tot bist und wir uns nicht wiedersehen naja irgendwie was geiler ist die Drum gar nicht mehr drin Sturm Malnacht Malnacht Liebe... Es ist einfach alles hin. Was ist denn da drin? Es scheint... Es ist einfach alles hin. Es ist einfach alles hin. Es ist einfach alles hin. Oder? Mhm. Ja, es ist einfach alles hin. Machen Korkaka! Ja, wie viele weiße Schüsse er hat in seinem Traum? Ich will eigentlich lief'n. Du nicht? Ist es ja jetzt dann, oder? Ja, Leute, das war's vom Video, ich hoffe, es hat euch gefallen, es wird nicht hochkommen. Das war's mit dem Video, Leute, ich hoffe, es ... Ballert mir bitte den Abo-Button voll und den Like-Button. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst doch den Like da, ähm, bis zum nächsten Mal und dann. Wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like da, wenn nicht ...